Ist das wie wir geflaggt werden? Und nicht wie so ein Gangster-Rapper? Das hab ich euch schon mal im Web gesagt. Denkst du nicht darum, den teureren Lizenz gekauft hat? 380-Lizenz mal. Ich find den eingeknischt. Ich find den nischt. Bist du den im Prinz? Ah, ich brauche ich hab ihn. Hab ihn! Wuuu! Hey! Ja, was machen wir am besten gegen solche... Absolut, genau. Also überhaupt solche Stellung. Allein schon im Gegner ist da. Find ich schwierig. Find ich auch schwierig. Ähm... Ja... Ist ein bisschen tricky. Ich hab gelesen, sowas... Reicht's eigentlich, wenn man die normal flankiert, ja? Aber es hat bis jetzt nie wirklich funktioniert. Und die Deutschen haben keine Prime-Carrier. Ja... Ja, das ist richtig. Ich hab ihn packt schon auf Tag 2. Also ich... Und du hast, äh... Infanterie auf Track. Ja, also gegen die Dinger müssten eher ein Panzerschrecken sein. Ja... Hast du gegen diese Fest-Dierstellung, meinst du? Ja, die meine ich. Ja, gegen die normalen kann ich ja immer, äh... Snipen. Du Geist, wo bin ich denn hier? Das ist alles kein Problem. Alles, was wegschnipen kann, mach ich weg. Ja, gegen die Dinger bringt's super gut. Hab ich im Match da gesehen. Also ein Infanterie-Half-Track. Und da so ein Squad mit Panzerschreck rein. Okay. Wenn der down geht, ne, sind alle drin tot? Ich glaube, ne. Ich glaub, die stehen da dann einfach. Das ist gut. Und wie ist das gut? Äh, weil sonst immer alle down wären. Warum ist das schlecht, so wie? Du redest von meinem Halbkettenfahrzeug, ne? Ja. Wenn das down geht, sind die Leute auch da. Mhm. Ich dachte, du redest von dem Bunker. Nee. Das ist genau alles scheiße. Äh... That's true. Ich hab ne Aktion gegen Churchill gerüst. Ja, also... Der Schuss wird quasi schon abgefeuert vom Churchill. Ich hol mal den Squad raus. Bam! Das Halbkettenfahrzeug da und Squad legt. Das ist nass. Danach ist er gestorben. Ja, der Churchill ist ja auch übelst ja Anti-Infantle-Panzer. Ja, das war eigentlich krass, wie der Typ noch zwei von denen rausbekommen hat. Kostet halt nur Manpower. Was zum Coder. Und wenn man die Map nicht hat, hat man meist kein Problem mit Manpower, sondern mit den anderen Ressourcen. Ich halte, dass man deren... Äh... Die britischen Stellung nicht so einnehmen kann. Oder nicht zerstören kann. Ja. Das ist aber wahr, Scooby. Ähm... Hm... Wann baust du eigentlich Sniper immer? Also, was baust du da vor, so? Gar nichts. Ich baue Sniper. Ach so, nice. Ich baue ein Pionier-Ding. In der Zeit baue ich mit meinem ersten, was ich sozusagen kriege. Ähm... Und die... Kasernen, oder wie das heißt? Baracken? Und baue da schon dann den ersten Sniper-Ding. Alles klar. Ach ja, you guys. Ach ja, you guys. Ach ja, you guys. Ich bin so fast da und nicht. Ach ja. Schon wieder? hier stimmt irgendwas nicht geschlägt ne, wer legt die Tee? yep, ich hab sie da und ich will das ohne Scham zu kriegen ich hab welche gekriegt aber er hat irgendwie nicht gewirkt oh, we did it! kannst du es fassen? das alte Königreich, wir haben es geschafft ich kann es fassen, Gordo, ja tja, pfff, ist einfach blöd mit Tee, fliegen wir weiter nexusfächter, ist aber weit weg vom nexus ob dein PC ist, können wir nicht mal einfach fliegen bitte was, Gobi? nein, ich mag das jetzt nicht nochmal so sagen ich muss mit deinem PC und fliegen mit meinem PC und fliegen, ja oh, das ist schlecht geht wenn du zum Lüfter komm, ist alles vorbei ach ja, so läuft das wird man abgeworfen wie ein Stück Vieh wo fliegst du hin wo fliegst du hin? wo flieg ich hin? nach den Crispy-Hügeln ne, ich bin ganz komisch, ja im Moment flieg ich Christum, äh, Richtung Kristall-Sangweil hey, wie kann das denn sein? irgendwie hat das Spiel mich auf falsche Pferde gebracht, ja ja, ja, Tee Mama ist ab Spiel ja, tschüssi, ich hab Westwacht angekriegt oh, jetzt bin ich hier im Kristall, sagen wollt, ne nur Geist oh, jetzt ruf zu den Waffen Arati-Becken wir müssen einfach prinzipiell machen oh, nice ja, go, 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 nice so, ich wette von da hinten, wo ich jetzt lande ich bin jetzt Richtung Eiskrone unterwegs, ob ich nicht ähm gibt's keinen Flugpunkt zurück die kann, warum? die kann das so weit ja so, jetzt bin ich hier auf Dalaran ich, ich glaub, ich soll zu landen werden das ist gut, in Dalaran kannst du ruhig landen Tatsache zack, Dalaran what the fuck wie konntest reiten? 5000 Gold voll direkt eben kurz gehabt das Wort voll das Wort voll könnte vielleicht von den Türken-Rappern, äh beanstandet werden aber nur in Zusammenhang mit krass gewesen ah, da schneiden sie jetzt so zusammen hat irgendwer von uns mal krass gesagt? nein na, mal gucken, wohin es mich diesmal verschlägt verschleppt? wird's verschleppt? das ist geil weil mein Greife wieder auf Crack ist ich wusste erst immer ich diese Viecherkriege die sind sich von mir magisch angezogen Crack könnte man uns auch auslegen gell, das Wasser reflektiert auf Wissen glaube ich ganz schön ich will mal eins von diesem Wassereis-Dinger mhm, bin mal aufzuleiten ja guys wir lassen euch jetzt kurz alleine und wenn wir wieder da sind werden wir keine Wörter mehr sagen für die man uns flecken könnte danke Hallo? Skubi Jungs, ist Skubi schon wieder weg? Weitmeister, you guys Weitmeister Boah, Alter, so sieht krass aus